Hallo und herzlich willkommen zu diesem Soundgrundlagen Tutorial. In dieser Folge geht es um Dimensionen, also Bewegungen im Sound und was das genau bedeutet. Legen wir doch einfach mal los. So, man hört ja immer wieder viel Sound soll sich bewegen, damit es nicht so langweilig ist. Jetzt habe ich hier mal einfach ein kleines Liedchen zusammen gebastelt, das ist vier Takte lang. Und das verändere ich jetzt im Laufe der Zeit, um einfach mal so zu zeigen, was man denn alles mit Sound so bewegen kann und was so die verschiedenen Dimensionen teilweise sind. Weil es geht ja nicht nur darum, dass der Sound sich jetzt nur bewegt und rumwapert, sondern dass er auch tatsächlich in verschiedenen Ebenen unterwegs ist. Und jetzt spiele ich einfach mal diesen kleinen Clip ab. So, und der klingt eigentlich ganz nett, ganz lustig, ganz süß. Und wenn ich den jetzt aber das vierte Mal abspiele, dann wird es schon ein bisschen langweilig. So, und damit so ein Loop nicht langweilig wird, sagt man, da muss Bewegung rein, da muss Veränderung rein. Eine Veränderung kann sein, weil der geht ja jetzt gerade so schön, einfach die ganze Zeit schön durch und durch und durch und durch. Eine Sache, was man machen kann, sind Pausen reinbringen. Und ich habe jetzt hier einfach mal so eine kleine Pause reingebracht. Ich lasse ihn jetzt mal von vorne abspielen, damit die ersten vier Takte so in Erinnerung bleiben. Und dann spielen die zweiten vier Takte ab und lasse dann zwei, dreimal spielen. Musik 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 das heißt hier an der stelle habe ich einfach eine ganze menge sound rausgeschnitten das kann man wunderbar machen aber vielleicht nicht in so dieser in der kürze das heißt ich würde dieses sound rausschneiden zum beispiel frühestens nach dem abspielen des der ersten vier takte nach quasi in den in den zweiten vier takten in acht takten insgesamt vielleicht einmal bringen selbst das wäre mir vermutlich ein bisschen zu oft vermutlich würde ich das ganze aufziehen auf 16 takte mal sehen und das dann an der stelle bringen weil den ersten kann ich sicherlich zweimal dreimal spielen bevor ich dann hier diesen kleinen break quasi machen die nächste veränderung ist zum beispiel die notenlänge die notenlängen waren jetzt hier alle gleich also von der organ von dem bass der hier spielt das ist alles gleich finde ich nur mal so den anfang hier kurz höre alles gleich lange noten und beim bass genau dasselbe da ändert sich nicht wirklich viel so jetzt bin ich einfach hingegangen habe hier so ein bisschen notenlängen geändert so und als nächste option es wird schon langsam so ein bisschen interessanter weil da so eine rhythmik reinkommt durch die notenlänge das nächste habe ich jetzt einfach mal die anschlag lautstärke die velocity geändert und das ganze hört sich dann so an ich habe das jetzt natürlich so ein bisschen auffällig gemacht das hört man am besten an der organ aber ich habe das genauso auch an dem schlagzeug hier unten gemacht dass hier jetzt einfach unterschiedliche velocity intensitäten hat dann der bass hat auch unterschiedliche velocity intensitäten wo ist er denn hin da ist er hin die flächen sind gleich geblieben die organ hat unterschiedliche velocity und die nächste stufe wäre dann tonhöhen im moment klingt ja alles relativ statisch gleich wenn ich jetzt die tonhöhen enden hier habe ich jetzt bei der organ und bei dem polis sind also bei der fläche habe ich so ein paar tonhöhen verändert und bekomme hier jetzt einfach so eine ja eine variation rein da bewegt sich irgendwas so wenn ich von der velocity nochmal spielen und was ich hier gemacht habe ist einfach ich habe quasi die akkorde etwas invertiert ich habe den hier einfach um oktafe hoch geschoben zum beispiel oder den hier auch um oktafe hoch geschoben eine Oktave hochgeschoben und so einfach mal ein bisschen variiert, dass da so ein bisschen anderes Flair reinkommt. So, und wer aufgepasst hat, hat gemerkt, irgendwas stimmt an diesem Song nicht. Das ist nämlich Mono. Und das ist nämlich auch so eine weitere Dimension. Man versucht ja immer alles so möglichst stereo und groß und breit zu machen. Das Problem an der ganzen Sache mit dem groß und breit machen ist, wenn man das Gegenstück nicht hat, wenn man nicht weiß, was schmal und Mono ist, dann bringt die breiteste Breite nichts. Man kann das nicht so wirklich schätzen. Man hört natürlich schon, dass das super, super stereo ist, aber erst im Gegensatz lernt man erst mal so richtig, wie groß diese Breite ist. Also das heißt, wenn ich anfange Gegensätze zu schaffen, dann verstärke ich einfach oder verstärke ich einfach diesen Effekt dabei. Das heißt, wenn ich jetzt hier von den Tonhöhen, die noch Mono sind, in Stereo reinfahre, dann hört sich das so an. Und hier habe ich den Effekt jetzt halt einfach mal so reingeknallt. Das kann man machen, muss man nicht unbedingt. Man könnte es jetzt auch langsam reinziehen. Mir ging es einfach nur um das Spüren, was sich da erst mal so im Sound verändert. So, und jetzt habe ich das ganze Stereo und jetzt bringe ich noch weitere Effekte rein, die mir das ganze Klangfeld noch so ein bisschen verbreitern und damit spielen. Hier, ich lasse vom Stereo noch mal laufen und gehe dann hier in diese Effekte rein. Und da sieht man schon, dass ich hier einen Stereo Effekt angemacht habe, einen Reverb angemacht habe, einen Delay angemacht habe. Das heißt, die normale Stereo Breite, die ich durch die Instrumente habe, habe ich noch mal durch diverse Effekte einfach noch mal erweitert und verstärkt. So, machen wir das wieder zu und dann spielen wir hier noch mal hier vorne von Stereo ab. So, und als nächste Dimension und als letzte Dimension bin ich da noch hingegangen, habe ein paar Filterfahrten reingemacht, also einfach mit den Frequenzen ein bisschen rumgespielt, Frequenzen raus, rein und ja, die ganzen Instrumente so ein bisschen verändert. Und ich spiele das jetzt hier von Dry Vet hier vorne an und lasse es dann hier hinten so ein bisschen Lupen. So, legen wir los. Und ich spiele das jetzt. Und ich spiele das jetzt. Und ich spiele das jetzt. Und ich spiele das nochmal von vorne, wie das Ganze hier angefangen hat. Velocity. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, das war einfach nochmal so ein kleines Beispiel, was man mit Bewegung im Sound machen kann. Das war jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, aber es sind so diese einzelnen Elemente, dass man einfach so einen ganz normalen Clip, ich habe sie auf der rechten Seite nochmal, da sieht man das glaube ich ganz gut. Man nimmt so einen ganz normalen Clip, den man jetzt erstellt hat und variiert zwischen Sound und keinem Sound, also Pausen. Pausen sind ein wichtiger Bestandteil der Musik. Irgendjemand hat mal gesagt, eigentlich sind die Pausen die Musik und die Musik sind die Pausen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiges Stilmittel, wenn man Pausen benutzt. Das hört man ja immer zum Beispiel bei diesen Breaks in Musikstücken, wo einfach der Rhythmus unterbrochen wird, teilweise durch eine komplette Stille, teilweise einfach durch sehr ausgedünnte Musik. Und eine weitere Dimension oder ein Layer ist eben mit den Notenlängen zu spielen, dass man kurze, lange Noten reinnimmt, damit Rhythmiken erzeugt. Das macht die Sache auch wieder interessant. Dass man mit Lautstärken spielt, mit der Velocity, dass man hier auch einen Groove reinbringt mit der Velocity. Sehr gerne auch genommen bei zum Beispiel Hi-Hats. Dann, dass man die Tonhöhen variiert. Das kann einfach sein, dass man eine Oktave hoch, eine Oktave runter geht, so einen Akkord mal einfach invertiert. Das heißt, einzelne Bestandteile von diesem Dreiklang einfach eine Oktave hoch oder runter packt. Dann, dass man mit dem Stereo-Bild spielt, sodass man zum Beispiel einen Song immer enger werden lässt, dadurch, dass man die ganze Stereo-Informationen rauszieht und es immer mehr Mono werden lässt. Und dann quasi mit einem Schlag wieder in Richtung Stereo, um einfach diesen Gegensatz zwischen Mono und Stereo zu schaffen. Und Dry-Vet, dass man zusätzliche Effekte reinbringt, wie ich das zum Beispiel hier gemacht habe mit so einem Blur-Device, was das noch breiter ins Stereo-Feld reinpackt, einen Delay, das den Sound noch irgendwie rechts und links verteilt, beziehungsweise ein einfaches Delay, was nochmal so eine Rhythmik nach hinten raus erzeugt. Einen Reverb ist auch eine sehr schöne Methode, um einen Sound von frontal einfach ein bisschen in den Hintergrund rücken zu lassen. Je weiter hoch man den Mix zieht, desto weiter ist der Sound einfach im Hintergrund. Denn je trockener der Sound ist, desto näher ist er quasi vom Gesicht. Und dann eben auch noch Filterfahrten, mit denen man den Sound an sich nochmal verändern kann. Das heißt, Frequenzen rausschneiden, reinziehen, hohe Frequenzen raus, tiefe Frequenzen raus, alles wieder rein. Da kann man eine ganze Menge rumspielen und das war wirklich nur so ein ganz kleiner Ideengeber, was denn so möglich ist. Und selbst diese Sachen, die ich hier gezeigt habe, die kann man noch in mannigfaltiger Weise anderweitig benutzen und einsetzen und einfach total kreativ damit werden. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen auf ein paar Ideen gebracht und auch so gezeigt, dass Musik nicht nur einfach Taste drücken ist und warten, bis das Preset fertig gespielt hat. Und auch mit den kleinsten Einheiten des Sounds und der Melodie und der Musik und den Tönen zu spielen, um eben was Interessantes zu schaffen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und kommt beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.